Das ist Alfred. Er möchte zu einer Party. Er hat leider keinerlei Ideen, wie er hinkommen könnte, denn er wohnt auf dem Land. Hier fahren keine Busse und keine Züge. Und warum ruft Alfred nicht einfach seine Freunde an? Gute Idee, aber ich habe hier doch keine Hetz. Mist, was jetzt? Glück gehabt. Ute fährt Alfred zur Party. Die Party ist vorbei und Alfred sieht ganz schön fertig aus. Das war ein Bier zu viel. Verdammt, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Da Ute nicht da ist, Alfred kein Netz hat und die Busse und Züge nicht fahren, muss er unter freiem Himmel schlafen. Am nächsten Morgen Mensch, Alfred, was hast du denn hier gemacht? Sorry, ich hatte kein Netz und konnte dich nicht anrufen. Leg dir mal ein ordentliches Handy mit einer ordentlichen Netzabdeckung zu. Das braucht man ja auf dem Land einfach. Das wird wie so. Ich gebe es after. Das ist tatsächlich în symmetry. Vielen Dank.